Ja, hallo Freunde und damit herzlich willkommen zurück bei Formel 1 2013. Ja, mit einem Tag Verspätung, was mir sehr leid tut, aber mein Internet wollte nicht ganz so, wie ich es doch gern hätte. Dafür kommt, ja, kein Fallout heute, sondern Formel 1. Fallout kommt dann am Freitag und ab nächster Woche geht es dann, wie geplant, weiter mit Formel 1 dienstags, Fallout mittwochs und freitags und Minecraft auch so weiter wie sonst. Und, ja, wie sieht es da aus, ne? Ja, Formel 1, was war da los, Freunde? Was ist da los mit dem Vettel? Was ist... Ich habe eben gelesen, er will unbedingt im Hockenheim aufs Podium, aber ist das möglich? Ist das machbar? Schafft er das oder schafft er das nicht? Das ist hier die Frage. Falls ihr euch wundert, ich kommentiere das gerade jetzt so ein bisschen nach, äh, was heißt so ein bisschen ist gut? Ich kommentiere das gerade nach, ähm, weil ich zum Aufnahmezeitpunkt, äh, ja, sozusagen nur videotechnisch, technisch aufnehmen konnte. Ich stelle gerade fest, dass das Mikro ziemlich weit unten ist, aber na gut. Wir fahren hier Suzuka mit dem Mark Webber und, ähm, ja, die Strecke, habe ich mir gedacht, anfangs, oh Gott, Suzuka, Japan, nein, bitte nicht. Aber ihr seht selber, selbst im Regen, also ich bin, glaube ich, für Regen geboren, teilweise. Ein paar Ausrutscher sind drin, aber seht ihr ja gleich selber. Ne, auf jeden Fall, was war los, Freunde, in Formel 1, was ist da los? Ich hab da den, den, den Crash mitgekriegt, ey, der war ja, der, 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 der war ja mega krass, ey. Von der Strecke abgekommen, wieder zurückfahren, über den Hügel, ja, und dann einmal schön jetzt auf die Strecke zurückknallen, nachdem der, äh, Rutsch, nachdem der in die Wand geknallt ist. Also, das ist ein heftiger Unfall gewesen vom Raikönen und, ähm, solche Unfälle sieht man, ehrlich gesagt, nicht gerne. Da hat der Massa echt noch richtig Schwein gehabt, dass er dem dann nicht richtig volle Karachoni-Seite gedonnert ist, weil dann hätte es echt böse ausgehen können für ihn. Nicht nur für Raikönen, sondern auch für Massa. Und, ähm, ja, wir starten ja auf Position 4. Und, ähm, kommen wir eigentlich relativ gut weg. Ja, wir haben heute, ähm, ja, ich kommentiere das ja nach, wir haben heute Montag. Nein, Spaß, ähm, wir haben heute nicht Montag. Wir haben heute Montag, boah, Wahnsinn. Nein, ähm, ja, ist auch egal. Auf jeden Fall, ähm, das war auch nicht ganz so geplant hier. Einmal ein bisschen rausschieben und dann den Verkehr aufhalten, das war natürlich nicht gewollt. Aber, ähm, ja, was sollst, Freunde, was sollst. Solange die Reifen nicht wieder sauber sind. Und, ähm, zu dem Zeitpunkt hier, wo ich das Video raushaue. Warte mal, ist Dienstag, ne, genau. Äh, nee, gar nicht, war morgens, Mittwoch. Morgens Mittwoch. Richtig, nee, Quatsch, morgen, übermorgen. Aber wenn ich das Video raushaue, ist Mittwoch. Ja, genau. Ähm, ja, dann hat ja Brasilien oder Deutschland gewonnen. Das werden wir ja dann sehen, oder werdet ihr dann sehen. Das Video kommt ja dann am Mittwoch, was ja eigentlich schon Dienstag sein sollte. Aber wie gesagt, ja, man kann nicht ganz so bölte. Und, ähm, ja, wie ihr jetzt schon so ein bisschen sehen könnt, ähm, ja, fahre ich hier eigentlich relativ gut im Regen. Ich hab hier versucht, ihn zu überholen mit Faddle. Also, unseren Team Kamraden. Das hat mich so ganz geklopft. Na ja, gut. Ich werde das auch definitiv, das kann ich vorweg schon mal sagen, nicht mehr schaffen. Ähm, warum liegt daran, dass ich so ein paar kleine Ausrutscher in Runde 2 und 3 habe. Aber in einem und derselben Kurve, das ist das blöde gewesen, das kommt jetzt gleich in der nächsten, na, was heißt in der nächsten? In der vierten oder fünften müsste das gewesen sein. In der vierten, jetzt ist die erste, zweite, dritte, kommt jetzt gleich die linkskurve. Vierte, fünfte, war es die sechste Kurve. Ja, genau, das ist jetzt. Na doch, das war die fünfte Kurve, okay. Ne, die vierte, also. Und da war der Ausrutscher eben halt. Das passiert mir in der dritten Runde nochmal. Und, ähm, ja, wir spielen ja, oder wir fahren ja insgesamt nur noch drei Runden, weil sonst dauert es Ewigkeiten. Wir haben jetzt insgesamt noch fünf Rennen vor uns, bis wir dann endlich fertig sind. Und dann kann es komplett durchstarten, ähm, ja, ich versuche jetzt, Follow New Vegas noch vor August, was ich nicht glaube, äh, rauszuknüppeln. Das heißt, ich müsste vor so 30 Minuten Videos bestimmt ausknüppeln, dass ich das schaffe, ähm, weil ab, äh, August, hab ich ja schon erwähnt, erklärt, in, am Sonntag, das Video, das kam von der Sie, was jetzt genau los war. Da habe ich jetzt ja schon erklärt, ähm, dass, ja, ab August, der mein Kanal ein wenig geändert wird, dass da zwei Langzeitprojekte erscheinen werden. Von mir selber ist ein Projekt, wo, was ich, ähm, dem Zen-Oz noch vorgeschlagen habe, Strich Strich Elias, ich sag mal Elias, ähm, was ich mir auch noch vorgeschlagen habe, und, ähm, er meint so, hm, hört sich ja schon nicht schlecht an. Hättest du was dagegen, wenn ich mitmache? Ich so, nö, eigentlich nicht. Aber ich sag, ja, gut, dann gucken wir, ob wir den Tobi noch reinkriegen von Minecraft-LP, kennt ihr ja auch schon jetzt. Ähm, ich sag, ja, überhaupt kein Thema, warum nicht, können wir machen. Und zwar kennt der Daisy 2017, ist recht cool, habe ich ja schon was zu erklärt in dem Video, könnt ihr euch ja nochmal angucken. Ähm, ja, Minecraft ist das Langzeitprojekt, was, ja, das ist der nächste Ausrutsche, wieder dasselbe Kurve, ähm, was, ja, kommen wird, beziehungsweise weiter bleibt, weiter bleibt, weiterhin bleibt, so. Ähm, ja, dazu kommt Daisy und, ähm, Daisy 2017 Inhalt. Gut, das ist nicht die Fortsetzung von dem Daisy, was ich mit Alex und Con gemacht habe. Das wird definitiv irgendwann noch fortgesetzt werden. Versprechen kann ich euch natürlich nicht. Aber, es wurde mir zugesichert, dass wir irgendwann weitermachen werden. Von Alex Seite her und von Con Seite her, die meinten, ja, weil es ging ja nicht mit dem Laptop von Alex, das war, ja, konnte man ja nicht wirklich mitspielen. Und, ähm, da haben wir gesagt, gut, gucken wir, dass wir dann irgendwann, wenn du einen anderen haben solltest, oder einen PC oder sowas, das was dann fortsetzen. Natürlich leider auch in einem anderen Server, weil ja unser Server abgeschmiert ist, beziehungsweise nicht mehr existiert, leider. Müssen wir von neu anfangen, aber, ähm, was soll's, was soll's. Ja, und das andere Projekt, was vielleicht kommen wird, ist auch ein Laptop. Ähm, darüber werde ich aber noch nichts genaues erklären, weil das Projekt von Vias, das wird dann nur einmal in der Woche kommen, sonntags nämlich, bei mir zumindestens. Dafür die anderen beiden, einmal, äh, beide an drei Tagen, Montag, Tomas, Samstag, Minecraft, Dienstes, Mittwoch, Freitags, Daisy. Jo, das war's soweit von diesem Rennen. Wir sind zweiter Platz, schnellstoren 1,45, 0,32, zwei Plätze gewonnen, Platz zwei. Ja, sehr gut eigentlich, wir laufen hier, 18 Punkte nehmen wir mit. Schön ist ja eigentlich, oder kümmert uns ja eigentlich nicht wirklich, weil wir haben ja keine Karriere. Ja, das war's soweit, wir fahren im nächsten Rennen. Sehr, eine sehr supergeile Strecke, kann ich euch jetzt schon mal sagen, seht ihr ja gleich. Die ist echt, äh, bläh, zum Kotzen. Aber nein, was soll's. Ja, schöner Jubel, Leute, finde ich echt gut. Platz 1 und 2, so kann es in der heutigen Vorreinssaison auch laufen, das wäre echt cool. Red Bull wieder ganz vorne Aber wer weiß, vielleicht gewinnt ja Vettel noch durch einen ganz dummen Zufall Doch noch dieses Jahr wieder die Weltmeisterschaft Das wäre echt toll, wenn das passieren würde Aber ich kann es mir nicht vorstellen Auch wenn er jetzt nicht ganz so weit hinten liegt Aber naja gut Die Saison dauert ja noch ein bisschen Wir werden es sehen Wir fahren natürlich wieder mit Red Bull Diesmal nehmen wir den Vettel Und wir fahren dann auf einer Hassstrecke von mir Ich bin jetzt noch nie so wirklich gefahren Aber wir fahren auf Indien Das war's von mir Bis zum nächsten Mal Ciao